Hallo und einen schönen Ostermontag heute. Da bin ich noch einmal. Mein Name ist Brigitte Ennemoser. Ich habe in den letzten zehn Tagen mein Projekt Dialog und Naturwerkstatt vorgestellt. Deswegen heute nochmal an alle Frauen, die gerade eine Veränderung anstreben, an einer Wegkreuzung vielleicht stehen oder einen schmerzvollen Moment durchleben. Meldet euch gerne bei mir für einen vertraulichen Dialog. Wo wir gemeinsam erkunden, ob wir vielleicht positive Lösungen finden, ob vielleicht du wieder mehr Lebendigkeit in deinem Leben haben kannst, mehr Kraft und mehr Freude wieder erleben kannst, wo einfach wieder mehr Licht und mehr Begeisterung wieder daherkommen und du das machen kannst, was deine Seele und was dein Herz möchte und du einfach wieder positiver unterwegs bist. Noch zum Thema Naturwerkstatt. Warum Naturwerkstatt? Ich liebe einfach die Natur und beschäftige mich gerne mit Kräutern, Tinkturen, Gämmos und versuche auch noch weiter diese tolle Pflanzenwelt zu erkunden, zu erforschen und auch die Wesenheiten zu erkunden, die dahinter stehen und uns Frauen auf unserem Weg unterstützen können. Wenn du neugierig bist, melde dich einfach bei mir, dann können wir vielleicht gemeinsam schauen, welche Pflanze dich auf deinem Weg unterstützen kann. Zwei von meinen Lieblingspflanzen sind zum Beispiel die Schlüsselblume als Himmelsbotin zwischen Himmel und Erde und auch der Marillenbaum, der für Fülle steht. Und weitere Infos, wenn du nachlesen möchtest, schau einfach im Kanal Freinetz in den letzten zwei Wochen nach oder auf der Freinetz-Webseite, da findest du meinen Kontakt, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Bis zum nächsten Mal.